Ich habe viel zu tun. Und ihr auch. Megan, was ist mit dem Fall Smith? Neil stellte mir zwar eine Frage, doch seine Worte klangen mehr nach einem Befehl. So sprach er eigentlich immer, zumindest mit mir. Wir holen uns nur schnell ein Sandwich, dann mache ich gleich weiter. Die Akte ist in zwei Stunden fertig. Ich hasste den unterwürfigen Ton, in den ich unweigerlich verfiel, sobald Neil mich in seinem Befehlston ansprach. Neil entließ uns mit einer unwirschen Handbewegung. Ich atmete erleichtert auf. Sally und ich verließen das Büro und gingen die Straße herunter. Ich duckte mich unter meinem Schirm, um dem Wind so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Zum Glück regnete es nicht mehr so stark wie noch vor einigen Minuten. Ein Block weiter war ein kleiner pakistanischer Delikatessenladen, der neben asiatischen Spezialitäten auch köstliche und doch günstige New Yorker Sandwiches machte. Ich hatte kein besonderes Talent, mir selbst etwas zu essen zuzubereiten. Meine Sandwiches waren immer langweilig und schmeckten auch so. Brot und Käse, mehr brachte ich nicht zustande. Sally stieß die Tür zum Laden auf. Das Bimmeln einer Glocke kündigte unsere Ankunft an. Eine wohlige Wärme und der Duft nach würzigem pakistanischen Essen schlug uns entgegen. Trotz der Mittagszeit waren wir die einzigen beiden Gäste im Laden. Hallo die Damen, zweimal New York Club Sandwich zum Mitnehmenden, wie immer? Asif, der Inhaber, stand heute selbst hinter der Theke und begrüßte uns freundlich. Da wir mindestens zweimal in der Woche hier unsere Sandwiches holten, kannte er uns und wusste genau, was wir gerne aßen. Hallo Asif, ja bitte wie immer. Wir brauchen dringend etwas im Magen, um heute noch etwas weiterarbeiten zu können, bestellte Sally. Sie wandte sich mir zu. Du bist heute aber auch ganz besonders gesprächig und gut gelaunt. Ihre Aussage klang ironisch, doch in ihrer Stimme nahm ich erneut einen besorgten Unterton wahr. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich eine Montagsdepression. Ich wusste selbst nicht, was mit mir los war, also versuchte ich es mit einer Standardausrede. Nähe kann ich nicht ausstehen und der Job macht mir auch keinen besonderen Spaß, das weißt du ja, fügte ich hinzu. Ich würde lieber woanders arbeiten, an Fällen, in denen ich tatsächlich etwas bewegen kann, wo mein Wissen gebraucht wird. Ich sah durch das Schaufenster von Asifs Laden nach draußen in den Regen. Lass dich von Neil nicht so runterziehen. Du bist eine gute Anwältin. Er kann sich glücklich schätzen, dass du hier arbeitest. Sally versuchte mich aufzumuntern.